Willkommen zurück zu... ...Dart Space. Dart Space, du. Dart Space. Da schaust du. Gib mal her. Lass mal Energie. Full. Äh... So, den nehm ich noch mal mit. Falls wir sie noch... Wäääh... ...brauchen. Au. Da ist sie. Und da ist ein... ...Arm. Oha. Oha. Pam. Das war's mit dir. Mensch, ich hätt sie... ... ihr selbst gerne einen... ...Kopfschuss gegeben. Alter. Was? Was? Alter. Okay. Ist schon der erste kaputt? Loll, der erste ist schon kaputt. Puh. Boah, der Plasma-Cutter ist echt gut. Das war nicht so schlau. Au. Das war sehr ungeil. Alter, was ist das? Ne. Ne. Willst du mich verarschen? Nein. Alter, ich kann... Ich treff den nicht. Ich bin tot. Scheiße. Ich treff den nicht. Boah. Lass mich los. Dankeschön. Boah, steh auf. Okay, 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 okay. Nein. Lass das. Lass das. Lass das. Du sollst das lassen, Mann. Mach deinen scheiß Maul auf. Ich hab eine Überraschung für dich. Ja, wow. Das hat total gut geklappt. Oh, okay. Na, komm schon. Alter, finde. Was ein Brocken. Öffne deinen Brustkorb für mich. Alter, ich treff... Der ist doch... Der ist doch schnodder, ist das doch. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Okay. Zwei hat er, glaube ich, noch, ne? Habe ich den noch gekriegt? Alter, was ist ein Ekelvieh? Äh, geh weg. Boah. Fuck. Oh. That's the way. Ich nehm mal eben ein Medipack. Wir haben ja genug. Ja! Haben wir ihn? Haben wir ihn? Bitte? Müssen wir irgendwo hinschießen? Ich seh nichts. Alter. Aber sein Arm ist hier noch. Ich muss weg. Nein, ich wollte das aufsammeln. Toll, verschlossen. Oh. Auf. Und da ist der Marker. Und wir fliegen einfach weg. Jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Alter. Und da sind wir nun. Ganz alleine. Erstmal den Helm absetzen. Alter Schwede. Was haben wir durchgemacht? Isaac. Sie schon wieder. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit... Tja, sie ist also tot. Boah, Alter. Also bei der Frau hätte ich echt... Schiss. Aber wir haben's durch. Das Eben war also sozusagen der finale Bosskampf, der ziemlich geil war. Ähm... Wir haben das Spiel durch. Ich bin nicht immer durchgestiegen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Es ging um diesen Marker. Wir wollten diesen Marker zurückbringen. Dann ist er wieder jetzt da gewesen. Am Ende... Bei unserem Raumschiff, was jetzt daraus wurde, ich hab keine Ahnung. Dieser Marker scheint zumindest... Ähm... Es war nicht mal leicht. Manchmal hat's einen echt die Nerven geraubt. Das Spiel aber insgesamt ein... Klasse Spiel. Ein Spiel, was... Super viel Spaß macht. Was man... Mal gespielt haben muss. Und... Ja. Das war jetzt sozusagen mein erstes Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Ein Blind Let's Play. Und... Ja, wie gesagt. Das Spiel... Kann die Nerven manchmal rauben, aber insgesamt... Ist es schon sehr geil. Das Schlimmste waren für mich, finde ich... Ähm... Glaube ich, diese Zappelfilippe. Die so richtig schnell waren und so. Die fand ich ja richtig schrecklich. Und diese... Langen. Diese langen, dürren... Viecher. Die sich dann in diese kleinen Unterviecher da aufgeteilt haben, wenn man das erschossen hat. Die waren auch sehr eklig. Ich meine, alle waren eklig, aber... Das waren so die beiden... Schlimmsten. Die anderen gegen die Babys waren... Denke ich mit die harmlosesten. Für mich. Und diese... Die fetten, die an der Wand hingen. Und immer diese Bälle da ausgespuckt haben. Die waren auch richtig schlimm. Wo man diese Arme da zerschießen musste. Diese sechs Tentakel-Armen oder so. Ja. Ansonsten, ähm... Wie viel Kapitel hat das jetzt? Zwölf? Elf? Ich glaube, zwölf, ne? Manche Kapitel kürzer, manche länger. Insgesamt ein... Doch, relativ großes Spiel. Äh, natürlich. Ein großes Spiel ist ja auch ein großer Name. Dead Space. Wer kennt's nicht? Ähm. Ich weiß gar nicht. 24 oder 28 Stunden? Ich hab alles vergessen. Nach diesem letzten Endkampf, Endbosskampf, hab ich alles vergessen. Äh, ich denke, dass ich den zweiten Teil auch irgendwann mal let's playen werde. Den hab ich mir noch nicht gekauft. Ich werd mir den auf alle Fälle kaufen. Ich will ja auch wissen, wie es weitergeht. Und, ähm... Ich denke, den werd ich dann auch blind let's playen, wie den ersten Teil jetzt. Allerdings, ähm... Werde ich das jetzt nicht sofort tun. Ich hab jetzt, ähm... Andere Projekte, die ich gerne davor machen will. Ähm... Dafür... Wollte ich jetzt halt Dead Space, ähm... Nicht abbrechen, ähm... Beenden. Beenden. Und... Ja. Der zweite Teil wird, denke ich, auch irgendwann mal let's playen werden von mir. Würde mich freuen, wenn ihr dann da auch wieder dabei seid. Mitfiebert. Ähm... Ich weiß, gibt's nicht sogar mittlerweile so ganz schön einen dritten Teil? Ich glaube, es gibt sogar einen dritten Teil. Ich weiß es aber gar nicht genau. Ich weiß auch, dass es auf alle Fälle einen zweiten Teil gibt. Das weiß ich auf alle Fälle. Einen dritten... Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf alle Fälle... Auf alle Fälle... Oder, 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 oder... Da werden noch viele Let's Plays kommen. Ich bedanke mich und sag... Bis zum nächsten Mal. Bei einem anderen... Let's Play. Oh, we به his assembly Steam 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 Subscribe Steam 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 Shadown Steam 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 Team decreased ails Steam 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss!